Wenn du gern mit meinen YouTube-Videos Yoga zu Hause übst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen. Viele wissen gar nicht, dass ich einen Online-Kurs live habe und genau das möchte ich dir jetzt vorstellen. Seit über zwei Jahren unterrichte ich online live Yoga direkt zum Mitmachen über Zoom. Montag 17 Uhr gibt es eine Yoga-Stunde speziell für Anfänger. Das sind einfache Übungen, die du sofort zu Hause mitüben kannst. Und damit schaffst du so einen entspannten, aber auch sicheren Einstieg ins Yoga. Montag 19 Uhr gibt es Yoga für alle Level und diese Yoga-Stunde enthält alle Aspekte einer Yoga-Praxis. Es ist so eine bewusste Auszeit, wo du dir und deinem Körper etwas Gutes tun kannst, wo du natürlich auch ganz leicht am Yoga dranbleiben kannst. Ganz neu, Mittwoch 19 Uhr gibt es eine Yoga-Stunde für Fortgeschrittene. Wenn du bereits Erfahrungen im Yoga hast und auch mal die Herausforderung suchst, dann bist du hier genau richtig. Mittwoch 17 Uhr, ganz neu, Yoga für die Seele. Das unterrichtet Veronika. Und hier fließt so die jahrtausendalte indische Philosophie in die Yoga-Praxis mit ein. Und dieses Wissen wird dir nochmal helfen, auch die Herausforderung des Alltags mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Am Anfang hatte ich meine Zweifel, dass Online-Yoga so gut funktioniert. Und dann, als ich tatsächlich das auch mal ausprobiert habe, war ich absolut überrascht. Es entsteht durch das Zoom-Yoga echtes Kursfeeling für dich zu Hause. Ich stehe dir vor der Yoga-Stunde für deine Fragen persönlich zur Verfügung und kann diese Themen auch mit in die Yoga-Stunde einfließen lassen. Und das ist mir als Yoga-Lehrer auch wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und dadurch entsteht persönliches Yoga genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Aktuell gibt es vier Kurszeiten. Du kannst ganz frei zwischen den Kursen wechseln und zum Beispiel auch zweimal in der Woche live mit mir üben. Ich zeichne jede Yoga-Stunde auf und über die letzten Jahre ist so eine große Bibliothek entstanden mit über 100 Yoga-Stunden. Und darauf hast du vollen Zugriff, kannst dir Yoga-Stunden raussuchen zu bestimmten Themen, zum Beispiel Hüftbeweglichkeit, Schultern, Rücken, anatomische Themen, aber auch Themen, wie Yoga nochmal in deinen Alltag einfließen kann. Viele Teilnehmer schätzen auch, dass sie direkt zu Hause üben können. Oft fällt es schwer, nochmal nach der Arbeit den Weg ins Yoga-Studio zu finden, Parkplatzsuche, unnötiger Stress. Zu Hause rollst du die Matte aus und kannst direkt starten. Das Online-Live-Angebot inklusive der Videoaufzeichnung kostet 30 Euro im Monat mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist. Du siehst kein Risiko für dich, du kannst das direkt auf unserer Webseite yogabasics.de buchen. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns live wieder auf der Matte.